Also das Wichtigste für mich, an ein Stück heranzugehen, ist der allererste Leseeindruck. Also das ist so das Bauchgefühl, das man hat gegenüber, wie die Geschichte verläuft, was das für Spannungszustände sind, was das für Assoziationen eröffnet. Dann geht es für mich vor allem darum, mich reinzugraben in das Stück, in die Umstände oder die historischen Umstände von dem Stück, von dem Autor oder der Autorin. Ja, Isabel H. von Thomas Köck, das war ein sehr spannendes, aufgeladenes, aber auch sperriges Stück, was man in vielen Bereichen erst einmal so aufdröseln musste, um dann zu schauen, wie man das sehr klar und packend erzählen kann. Wobei mir wichtig war, dass man einen sehr schnellen Rhythmus durch die Inszenierung findet, weil es gibt zwei Zeitebenen in dem Stück. Die Realsituation von diesem Soldaten und der Migrantin, die sich Isabelle Huppert nennt, in dieser Lagerhalle und immer wieder Flashbacks aus deren beiden Leben oder vor allem diese Soldaten. Und eine sehr schnelle Form zu finden, fast als würde man immer permanent zwischen zwei Filmen hin- und herschneiden. Dadurch, dass ich gern mit total wenigen Mitteln arbeite, mit eigentlich dem nur absolut Notwendigsten, was ich für das Stück sehe und dementsprechend denen zwar eine große Spielfläche gebe, aber eigentlich kaum was zum Festhalten oder etwas, wo man sich verstecken könnte als Schauspieler. Und dementsprechend ist das immer so eine total offene Fläche, wo alles sichtbar wird. Und dementsprechend muss man total genau arbeiten und die Schauspielerin der Schauspieler muss auch absolutes Vertrauen in sein eigenes Spiel haben. Mir ist das tatsächlich total wichtig, dass der Rhythmus stimmt. Das ist etwas, was man bei der Probenarbeit mit einer Szene überprüfen muss. Sowohl von dem, was der Text bietet oder dem Leseeindruck, weil sehr, sehr gute Autorinnen und Autoren schreiben bereits rhythmisch oder man kann viel daraus rausziehen. Und dann gibt es aber noch immer den nächsten Schritt, nämlich dass man es immer als den Gesamtrhythmus des Theaterabends sieht. Also ich komme auch eigentlich aus der Musik und aus einer sehr musikalischen Familie. Und mit so musikalischen Begriffen zu arbeiten, ist eigentlich etwas, was mir sehr nahe ist oder was ich finde, was auch total viel bringt. Es gibt natürlich, so wie in total vielen Kunstbereichen, lange Vorläufe, die das Theater auch bremsen. Aber dennoch kann man mit dem, wie man jetzt vor so einer Premiere dasteht, auf alles Mögliche reagieren. Und das macht auch von Probentag zu Probentag dann manchmal andere Assoziationen auf, je nachdem, was in der Zeitung steht. Und das beeinflusst natürlich auch das, wie man daran arbeitet und aber auch später das Publikum, wie es eine gewisse Szene oder die ganze Inszenierung wahrnimmt oder liest. Das Opfer tot, der Henker schuldig. Man muss also die Grenzen wieder enger ziehen, damit die Schuldigen draußen bleiben und die wildfremden Opfer auch. Ich finde immer, dass erst dann ein Theaterabend auch wirklich stark wird, wenn man das Gefühl hat, dass von allen, die daran beteiligt waren, auch was drin ist. Und dass die das auch stützen, was man damit erzählen möchte. Und dann hat man eigentlich erst die Chance, dass es was ist, was überschwappt zum Zuschauer. Und das auch das einfachsteht, was es ist, was wir ja dann��